Ja, ausweichen, ausweichen bitte. Ich will nicht noch mal sterben. Ich weiß, ihr stirbt mit Begeisterung. Ihr seid ja da in dem BVB, alle zwei Minuten seid ihr tot. Aber das ist nicht so ganz meine Sache. Ah, jetzt ist die Musik weg, Gott sei Dank. Da sind ja nur Ruinen da. Wow. Die Map haben wir nicht einmal so richtig angeschaut. Ausweichen, die Geschütze gehen weiter. Das waren Flak-Geschütze, aber ich habe gelesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Flaks auch haben dort. Eine Autobahn gibt es auch. Nein, es ist eine Eisenbahn. Na ja, ganz was Besonderes hier. Ich gehe auf, ich setze noch bei den Schnee an. Na ja, ist gut zu sagen. Er fliegt, ja. Na ja, ich sage nichts mehr recht als schlecht, aber er fliegt, ja. Da gibt es nichts, ja. In der letzten Zeit. Na klar, wenn dann drüber, über eine gesperrte Zone, dass man ja, Blutung habe ich auch schon. Wie kann es anders sein? Wie kann es anders sein? Wie kann es anders sein? Warte, Omi, das schreibt da einer. Ah, Villa Kunterbon. Könntest du mal in die Lowe kommen? Ja, Omi, hupf runter und ab zur Villa. Sie will dringend etwas haben, vielleicht eine Tafel Schokolade, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Bertl überhaupt da ist. Jetzt habt ihr erstmal eine Aufgabe. Für mich gibt es keine Aufgaben. Ich kann keine Aufgaben lösen. Ja, du löst dich. Nein, ich merke mir keine Zoll, ich merke mir keine Labyrinth. Ich weiß nicht, wie man... Oh, hört sich ein Opel-Stream. Nein. Das sind wir verraten. Boah, ich habe schon richtig Angst. Na, was machen wir jetzt da? Wieder ein Kill oder wie ist das da? Wieder etwas gefährliches? Make a little world. Naja, ich will... Ab in die Höhle mit euch. Na, was machen wir dort? Eine Party? Eine Höhlenparty? Na, warte, wo bin ich mit dem Ganzen? Oh ja, es geht schon wieder los, ne? Na, warte, eine Höhle ist da, dann brauche ich... Nein, lass uns nicht. Na klar, ich habe kein Waffenlicht. Wie kann das anders sein? Ich hab auch keine Munition, keine Waffen... Du musst dir die Götin, du die Götin für dich schicken und die Hummer. Frauen vorher, Frauen vorher, beschützt uns. Ab, ab. Das machen wir gleich, Götin. Danke. Habt ihr auch noch Waffenlicht? Weil in der Höhle ist dunkel und die Sicht auch nichts. Ja, das ist meine Waffenlicht. Aber bis jetzt habe ich kein Waffenlicht noch. Ah. So, hier sind wir vielleicht... Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich kann's. Achso, danke. Sehr gut. Sehr gut. Geh ich gelaufen. Also, Frauen vorher... Also, Frauen vorher, wir... Ich hab auch keine... Wir Männer vorher, wir... Wir Männer folgen euch in einem Respektabstand, so? So. Ja. Äh... So, da muss man auch noch aufhören. Na servus. Hopp. Opie, Opie, was hast du mit uns vor? Was hast du mit uns vor? Dann schickt sie uns da in Gegenden... Na ja, klar. Was dunkles. Oder was? Nichts anderes erwartet. Nichts anderes erwartet. Also, auf BVB mag es nichts anderes als die Omi suchen und sie sucht die. Und das läuft dann keine 20 Meter rundherum. Es hört euch zwar, aber es seht euch nicht. Das ist zum Brüllen. Da ist drüben Ausschein, BVB-String, Opie, Oma und dann der Pate, der kurz vor Nervenzusammenbruch immer ist. Das ist köstlich. Das ist eine Überraschung für den Opie, gell? Für den Opa. Das ist eine Überraschung. Wie weit man uns kommt. Die Kunterbund schreibt, Ome, ich habe eine Schokolade von Bertl. Dann kriegst du ein paar Schokolade. Das geht ja schon, ne? Dann ist der Bertl doch ins Server. Ja, ja, ja. Wir sind aus und aus. Na, gehen wir oder wie? Oma und Ruf. Ihr Opa und Oma, die sind jetzt durch jetzt hier vorne. Na, sind wir blöd? Geht's jetzt voraus? Wir sind ja nicht ganz behämmert. Also zeig uns den Weg. Na, Göttin, ja, ja. Wir folgen dem mit einem Respektabstand. Na, ich möchte länger leben. Okay, pack deine Waffe aus. Na, ausgepackt habe ich selbst schon. Bis später. Na ja, so geht das nicht. Opie, ab mit dir. Guck mal los. Vorwärts. 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 Kein Rückzug, ja? Das tut ich nicht. Oh, Oma. Also gut. Ja. Geh, Oma, komm. Wo verstehst du denn? Na, das nimmt einen Prügel in die Hand. Das kann nicht wahr sein. Statt ein Schuss, noch statt ein 100 Schussgewehr nimmt den Prügel. Na ja, typisch, typisch, Oma. Na, es geht eh schon los. Gerade. Genau. Das ist das. Das ist das. Juhu. 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 Ist eh nix los. Na gut, dann schießen wir bitte. Ja. Was schießt's mir da? Na, das macht schon die Oma. Ich brauche ja gar nichts machen. Die Oma redet das schon. Mit einem 91 Schussgewehr. Opie hält den Hintergrund. Die Frauen machen das schon. Oh, was ist die Oma? G'tun? Ja, Lust, Oma. Lust. Also ist schon drin, oder wie? Warte, ich muss essen. Warte, ich muss was essen. Warte, ich muss was essen. Warte, ich muss was essen. Ja, ich muss auch noch was aufessen. Das sollte ich jetzt übersehen. Was habe ich denn noch? Verhungertes Fleisch? Und trinken noch etwas. Das zieht sich. Ah ja, beim Fluss hat das nicht funktioniert. Und die Gesundheit auch noch drauf. So, jetzt bin ich bereit. Ich folge die Damen. Da liegt ja schon einiges drumherum vom Gesindl. Na gut, machen wir das heute. Oh, das ist ein schönes Lot. Deswegen ist das so bewacht. Naja, da gibt es noch eines. Oh, ein Fernglas. Und ich muss das Ganze umstellen jetzt da. Ja. Dings. Alles. So. Na, da muss ich schneller sein als die anderen. Na, so. Ich brauche fast nichts. Ja, her damit. Ich bin gierig. Ach so, Herzen gibt es ja auch noch. Auf die habe ich ganz vergessen. Was? Ja, ich habe einen Pumperer. Nein, jetzt habe ich das klepperte Fernglas, was ich nicht brauche in der Hand. Na. Na, das sehe ich ja nichts. Das kann nicht wahr sein. Warum sehe ich nichts? Ja, keine Ahnung. Das spinnt wieder. Wie immer. Bei mir spinnt irgendwas. Na gut, habe ich eben ein Pech gehabt. Warte, ist ja noch eine Weiche. Ich sehe zwar nichts, aber zumindest habe ich ein Herz bekommen. Sonst gibt es eh nichts, ne? Na, wegen dem haben wir den Aufwand gemacht. Wenig dem bisschen. Ah, da ist auch noch. Na, ich sehe den nicht einmal. Was soll der Scheiß? Hm. Das funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht richtig hier. Ich schalte irgendwo hin, aber nicht tut hin, was sein soll. Das hat ein paar Bugs wieder einmal. Na ja. So geht es schon. Wieder helfen, Schatze. Bis du das schaffst, wirst du alt. Wenn du schon nicht so alt warst, dann gehe ich richtig oder wieder verkehrt. Na, verkehrt. Wieder retour. Dass dann nicht fad wird. Das macht mich, Sante. Ja, ich verlauchte mich jedes Mal. So, dann einmal in die Lobby. Warp Lobby. Warp Lobby. Nein.